Radio, in meinem Kopf da ist dein Alltagsradio Mein Name ist Johannes Falke und in 10 Tagen ist es endlich soweit. Das neue Album Alltagsradio kommt raus und deswegen möchte ich heute im Countdown euch Lied Nummer 10 vorstellen. Rechtschreibplatz. Facebook hat Gedanken aus, jetzt kann endlich alles raus, das wird bestimmt ein super Tag. Ja, dieses Lied Nummer 10 ist total cool. Also mir gefällt es total super, diese Thematik, ich wollte das unbedingt mit rein nehmen noch und habe es deswegen auf jeden Fall noch fertiggestellt. Ich hatte die Idee im Januar und habe es ganz lange neben liegen gehabt, weil ich noch nicht wusste, wie ich das Thematik behandeln soll. Ich hatte diese Idee, dachte es wäre vielleicht ganz cool, wenn es irgendwas damit sein würde und jetzt im Sommer hatte ich dann endgültig die gute Idee, wie ich das Ganze umsetze. Ich finde es mega lustig, die Idee kam dadurch, dass ich das so furchtbar finde. Ich bin ja selbst nicht der Beste in Rechtschreibung, aber wenn dann im Internet die Leute immer wieder einprügeln, Ausführungszeichen, nee, wie heißt es, Setzzeichen sind keine Rudeltiere, das ist doch einfach nervig. Und über diese Leute habe ich dieses Lied geschrieben. Viel Spaß dabei, wir sehen uns in zwei Tagen wieder. Bestellt das Album vor, es lohnt sich. Radio ist dann ganz einfach mein Alltagsradio.